Jooo, guten Morgen oder Abend. Kommt drauf an, wann ihr es seht. Auf jeden Fall, wie ihr seht hier, ein Epic im dritten Dungeon. Ich hab den jetzt mal einfach probiert und hab mich dran gedacht, dass ich eine Stufe hochgegangen bin und dann irgendwann muss ich den ja mal schaffen. Normal müsste ich den schon lange schaffen. Aber egal, jetzt hab ich hier das Epic. Und ich bin schon glücklich, weil mein Gürtel war wirklich sehr, sehr alt. Nur dieses Video wird eine sehr wichtige Info heißen. Und nicht umsonst, weil ich werde jetzt eine Woche keine Videos machen können. Ich komm nämlich jeden Tag wieder erst um 5 Uhr heim und die Allos zu machen wird dann recht schwer sein. Was heißt recht schwer, denn es wird unmöglich sein, die zu machen. Also denke ich mal, ich werde das nicht schaffen. Und deswegen werde ich jetzt eine Woche keine Videos machen. Entschuldigung, dass ich mich so beschissen anhöre. Ich kann jetzt leider eine Woche irgendwie schon gesagt keine Videos machen. Deswegen müsste ich mich aber nicht deabonnieren oder was so. Es ist wirklich... Es tut mir ja leid. Es geht einfach nicht. Es sieht man jetzt hier, ich kämpfe gegen den Schilling. Gegen den werde ich wahrscheinlich verlieren. Ja, ganz knapp. Das war klar. Aber das will ich jetzt doch mal kurz... Da will ich doch jetzt mal kurz was checken. Weil... Schilling... Das ist nicht der echte Schilling. Das ist er... Ist er doch? Das ist er nicht. Das ist er nicht. Ich... Nee. Vergessen. Kaufe ich ihm nicht ab. Auf jeden Fall hier ein neues Epic. Ja. Es wird nicht gehen, die Allus. Die werden einfach... Ich werde es nicht hinkriegen, denke ich mal. Jetzt eine Woche keine Videos. Müsst mich nicht deabonnieren. Deswegen gleich... In... Ungefähr wirklich genau einer Woche könnte das nächste Video kommen. Ja. Solange könnt ihr euch ja meine... Anderen Videos noch angucken. Ja. Was soll ich sagen. Hier kommt... Einfach suche ich ihn noch. Das ist so auch das Einzige, was ich jetzt in dem Video sagen wollte. Hier, ich habe den Dungeon geschafft. Ich hätte den gerne noch aufgezeichnet, aber... Das Leben spielt. Wie man will. Egal. Jo. Hier den Dungeon mache ich jetzt noch konkret. Egal. So. Hier bin ich jetzt auch. Dreh die Standwache an. Und dann... Gucken wir mal, wie es weiterhin läuft. Jetzt meine Quest auf Server 1 ist auch gleich vorbei. Da sehen wir uns dann gleich. Ja. Da sind wir wieder. Die Quest ist rum. Hier sehen wir mal die Gegner. Ja. Da habe ich die Robe gekriegt. Deswegen habe ich mir nochmal ein Bier gekauft. Die war 15 Attribute besser. Wie meine alte. Die war auch schon wirklich sehr alt. Ah, jetzt kann ich ihn mir nicht kaufen. Verdammt. Hmm. Hmm. Den brauche ich jetzt wirklich lieb. Den brauche ich jetzt ehrlich gesagt mehr. So. Dann kann ich den auch gleich für den hier ersetzen. Und auch noch einen Ausdauertrank reinbüren. Gut. Und jetzt kann ich aber eben so noch einen Dungeonversuch machen. Also gar keinen. Okay. Egal. Das sollte jetzt nur wegen der Info sein. Und ja. Ciao Leute. Und bis in einer Woche.